Moins und Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders! So, scheinen Timer anmachen. Ich hab die SIP-Schaft jetzt hier fast durchgeprügelt. Da fehlt doch noch ein Engel und... ...oder auch nicht. Gut, ich will mich nicht beschwert haben. Mir sei es egal. Nice. Endlich. Speichert automatisch, aber SIP-Sprecher, da müssen wir auch mal Sicherheitshaber. Dathin! Ja, jetzt wo wir wissen, wie man speichern kann. Ja, scheiß, oder? Überspeichern wird schon alles passen. So, das brauchte ich. Und dann machen wir einfach... Schwing! 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 Oh. Da fehlt anscheinend was, oder? Oh, nee. Ich darf dann wahrscheinlich nochmal zurückschwingen. Ähm... Das ist dann so, wie es ist. Da hätte ich vorher drauf achten müssen. Das hab ich mal wieder nicht getan. Also schwingen wir einfach zurück. Wir schwingen unser Lied, hab ich fast gesagt. Flup. 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 Ah, ich bin so dumm, Alter. Ja. Ja, da hätte ich vorher was machen müssen. Ich... Das ist halt wieder so. Ich bin Panne, Mann. Aber ich sag mal so, das ist jetzt ja auch nicht so mega krass schwer. Das dauert jetzt auch nicht so ultra lange. Ich werd sowieso jetzt hier richtig krass Spaß haben, wenn ich da... Ist das offen oder ist das zu? Ja. Wenn ich hier jetzt die ganze Kacke machen darf. Soddele. Ich seh natürlich mal wieder nischt. Ich hör's ja nur knuspern. Das ist natürlich die Faragi. Ob ich alles nur mal runter irgendwie... ...bringen muss. Oder... Ob ich da einfach hätte vorher... Kann er ja durchspringen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ups, leider. Ich glaub... Ja, ich muss das dann unten alles gerade machen. Das heißt, ich brauche Ditte. Ja, dann leuchten die Tore. Frage für einen Freund. Darf ich da jetzt trotzdem durchspringen? Ja. Gut, tut mir nicht weh. Kann ich ja eigentlich auch hier unten... ...durch... chillen, hätte ich fast gesagt. Oder muss ich oben... Ich glaube, ich sollte oben lang gehen und mich dann einfach irgendwann runterwerfen. Okay. Oh. Oh. Good job, Sif. Das hast du ja jetzt mal wieder... Äh... Ja. Ich sag das so einfach mal gar nischt. Komm ich da ganz links durch? Ne, ne? Da. 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 Da ist das Ding, was ich so gemacht habe. Äh... Ja, das brauch ich jetzt eh sowieso nicht. Das wird lustig. Jetzt hab ich mich komplett verwirrt. Was hat denn jetzt da vorne aktiviert? Kann ich ja oben jetzt durch? Ja, darf ich jetzt? Oh, ich hab mich wieder... Ja gut, ich darf. Wie ich das liebe, ne? Das sollte vielleicht oben bleiben. Ich sollte vielleicht erstmal hier durch. Boah, da schreit alles nach. Das wird anstrengend. Ich mag keine anstrengenden Sachen. Ich mag auch keine Re... Also doch, ich mag keine Re... Aber... Ich mag es nicht, wenn ich sie lösen muss, weil ich strobe hoch bin. Okay. Das wäre jetzt... Ha! Yolo! Hast gesehen, ich bin da einfach flink, wie ich bin, durchgesprungen. Ähm... Okay. Das hat's geholfen. Ähm... Darf ich das jetzt hier wieder ver... Ups... Schieben, oder... Ist das jetzt böse? Ich kann's auch wieder ändern, sonst ist das not, ne? Äh... Ist das... Das ist jetzt ein aktiviertes, würde ich behaupten. Jetzt kann ich hier durch, ne? Ich bin nicht ganz frisch, ich weiß. Okay. Der erste speinende Puckel ist aufgeladen. Passiert jetzt was krasses, dass ich weiß, wo ich jetzt lang muss? Asriel. Was hast du? Ja? Ja? Ich hab jetzt bestimmt schon Bescheid, dass ich hier rumhungere. Was ich dich fand, sagtest du. Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Ja, von Abaddon. Abaddon hat das gleiche gesagt. Kurz bevor er starb. Oh. Diese Info droppen wir einfach mal. Explodiert das jetzt? Gut. Falom. Oh, es tut sich ein neuer Weg auf. Oh shit, das sieht kompliziert aus. Ich will das gar nicht verstehen. Oh. Fick mein Leben. Ich muss jetzt hier diese ganzen Warpies benutzen. Ist das richtig? Boah. Nee, mit Ezreal möchte ich gerade nicht sprechen. Splish. Splash. Und durchgeschuckelt. So, jetzt ist nur die Frage, was ich hier rauskomme. Ob ich hier... Ich meine, was bringt mir das, wenn ich das jetzt aktiviere und das Wandteil. Ist ja jetzt nicht so, dass ein Wandteil irgendwie... Kann ich mich da eventuell oben festhalten? Funktioniert das? Wir werden es da rausfinden. Oh shit, da oben muss ich was dran schmeißen. Ich weiß immer noch nicht, ob es sich das dann dann lohnen würde. Wir probieren es einfach mal. Oh wow. Genau. Er hätte mir ja auch jetzt nicht mal irgendwie mit seinem komischen Flügelchen helfen können, mich mit seiner Kaisernkraft da irgendwie hochschleudern oder so. Wir chillen jetzt erstmal. Und sorgen halt nicht dafür, dass der Typ irgendwie schneller befreit ist. Ich denke spätestens, wenn er den ersten Copter weggeschossen hat, wird doch hier irgendwie... ...Ähm... ...Straga mitbekommen. Aber zack wird das... Ah, Gott sei Dank. Okay. Was passiert jetzt? Halt deine Fresse, okay? Was bringt... Ich... Ich muss ja da oben... Ich will das jetzt nicht... Halt die Fresse. Ja, wie wär's mit... Nein. Für mich kann ein anderer jetzt auch nicht... Jetzt muss ich komplett normal machen. So ne Scheiße. Ob ich hier irgendwas übersehen? Ne, da oben... Das muss ich ja wegmachen. Ich will ja eigentlich da irgendwie hin. Das Problem ist, da komm ich nicht ohne weiteres an. Irgendwie das ist auch nicht wirklich geklappt da... ...mich dran zu tingeln. Die Strahlen. Die Strahlen. Leite die Strahlen um mir. Das ist ja mein Hauptziel. So, aber jetzt werd ich was anderes machen. Weil... Ha! Ist das jetzt richtig oder ist das... ...der Fehler? Ähm... Ich... Nicht da auf. Ups. Das wollt ich nicht. Halt doch einfach mal die Schnau... So. Jetzt ist natürlich... Ich will natürlich auch nicht runterfallen. Ich weiß jetzt aber auch nicht... Ich komm ja so da eh nicht, Tana. Die Dinge kann ich nicht gut rückmachen. Okay, ich hab vor schon... Nein. Sterben. Gehen. Was? Soll ich dich lassen? In Ruhe? Würde ich gerne. Oder seh ich von hier aus irgendwo so ein Ding, was ich vorher nicht gesehen habe? Nein. Okay, der Anfang war gut, aber irgendwie hab ich das hier nicht wirklich zu Ende gedacht. Wie immer versteht Sif das nicht. Was soll ich hier tun? Ja, die Strahlen... Juckt mich gerade überhaupt nicht, Junge. Was? Ja. Würde ich gerne. Aber du musst dich zum nächsten Ding hoch. Und das Problem ist einfach... Ich bin strunzendämlich. Okay. Ich meine, das war ja schon mal richtig das... Von vorne. Ich weiß nur nicht... Ob ich das hier... Boah, warte mal. Vielleicht hätte ich mit... Entschwungen, weißt du? Wahrscheinlich so, ne? Weil ich... Ach, ich bin einfach... Das hier mich hindert. Ey, da pulsiert der Handschuh. Boah. Jetzt muss ich auch noch das Ding hier treffen, ne? Dass ich auch da vergesse, dass das Teil einfach mal zu zwei Einstellungsstufen hat, ne? Da werde ich wahrscheinlich richtig schön hochgewummst. Oh, leg mich doch. Dann muss ich wahrscheinlich im richtigen Timing da irgendwie drüber, damit ich dann da hochkomme, ne? Das wäre jetzt so eine Philosophie von mir. Das heißt, es muss definitiv nicht richtig sein. Weck mich. Ich muss mal ein, zwei mal schnell. Und... Schuss! Jawohl. Jetzt ist nur die Frage, wann springe ich rein, damit ich da richtig hochgewogen werde? Okay, das muss ich eigentlich nicht sehen, ob das Ding da in der Nähe ist, oder? Irgendwie... Irgendwie... Irgend... Wann? Weil gegenüber... Oho. Das war ja jetzt majestätisch. Das hat nichts gebracht. Okay, ich bin einfach dumm. Ich hab's nicht bestanden. Dann... Ja. Macht das da jetzt auch nicht wirklich so viel Sinn, dass ich... Weiß ich nicht. Jetzt hier noch die restlichen zwei Minuten verpimmel, dann beende ich den Part einfach. Leider, Herr Gottes, Alisa... Oh wow, ich bin so behindert. Oh Gott, ich brauch das andere... Oder doch. Oh, leck mich doch, alter. Ja. Ja, aber ich hab doch keine Kanonen. Also... Keine Dingsis. Wo sind denn die? Oh nein, ich muss da drauflaufen. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hätte das andere gar nicht gebraucht. Oh, ich... Wahrscheinlich brauch ich das jetzt erst. Oh, ich bin so dumm, Junge. Oh. Also eine Frage. Darf ich das andere schon aktivieren? Ach, aktivieren. Scheiß drauf. Oh Junge, du hast mich fast erschreckt mit deinen Strahlen. Alter. Schnauze, deine Strahlen können mich mal. Setz dir den fucking Aluhut auf und gut iss. Echsenmensch, Junge. Raste aus. Was? So. Okay, da hinten muss ich dann anscheinend hin. Und das da ist dann... Sehr wahrscheinlich für das nächste, vorletzte Gedöns. Oder muss ich das jetzt schon freischalten? Weil jetzt... Wäre da so ein... Bombending, ne? Ach, ich... Ich will erstmal hier... Das können wir später machen. Oh oh. Das sieht ja sehr gut gelaunt hier aus. Wieder ein Aufzug. Oh oh. Oh oh. Kampfarena? Nein. So. Oh shit, doch. Ja, jetzt geht der Timer. Dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche mir Spaß im Mai. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gästchen, du machen. Ich habe das vor Ort.